Egal was kommt, es tut gut, sowieso. Immer geht ne neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es tut gut, sowieso. Heute gibt's eine ganz besondere Premiere, nämlich... Heute machen wir mal das erste Stengel und Stengel, aber nicht gegeneinander, sondern wir müssen miteinander arbeiten. Genau, Leute. In dieser Challenge geht es nicht darum, gegeneinander anzutreten, sondern miteinander. Ja, wir haben ja schon ein bisschen davon gehört, aber erzähle unseren Freunden doch nochmal, wie die ganze Challenge funktioniert. Die Challenge heißt Apfelmus, Nutella, sich gegenseitig blind Fütter Challenge. Freunde, ich und Ben wetten, dass wir zwei Minuten Nutella und Apfelmus 400 Gramm blind gefüttert essen können. Und Ben, wie viel wiege ich jetzt? Keine Ahnung, aber nach dieser Challenge wirst du 200 Gramm mehr wiegen. Du auch. Wenn wir schon bei dem Thema wiegen sind, Freunde, dann können wir ja gleich mal gucken, wie viel unser Inhalt zu essen überhaupt wiegt. Der gesamte Inhalt wiegt genau 1682 Gramm. Alles klar, Freunde, aber das habe ich noch nicht verstanden. Ben, wie viel muss da dann stehen, wenn wir fertig mit der Challenge sind? Boah, Meg, rechne halt mal 400 Gramm weniger ist... Also, für die ganz Langsamen unter euch, die im Matheunterricht nicht aufgepasst haben, wenn wir gewinnen sollten, dann sollte die Waage 400 Gramm weniger anzeigen als sie jetzt hat. Dann hat sie 1282 Gramm oder weniger. Okay, Meg, let's go! Ben, jetzt machen wir mal das eklische Apfelmus auf. Ah, es ist so schwer. Ih, wie wederlich, mir ist alles an meinen Fingern. Mal gucken, ob es schmeckt. Okay. Das ist echt das ekligste Apfelmus, was ich je gegessen habe. Ah, ich schreit. Sehr schmackhaft. Ja, sehr schmackhaft. Mach jetzt am liebsten die Nutella auf. Sieht da wie kacke aus. Ja, aber schmeckt. So, Freunde, jetzt geht's los. Ich fütter den Mick mit Apfelmus, er füttert mich mit Nutella. Let's go, Mick, die Zeit rennt. Stopp, 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 wir müssen uns doch noch die Augen verbinden. Also, Mick, ich verbinde jetzt erstmal die Augen. Der erste Teil ist geschafft. Hey, ich kann's aber nicht essen. Du musst meinen Mund freimachen. Auf die Fette, fertig, los. Mick, hast du's? Hey, hast du's? Ja, hast du's? Ja, hast du's? Wimka. Ja, ja, ja. Wie, wirst du das? Ja, na, wirst du's? Wo bist du? Ja. Im Bein kommt. Im Bein kommt. Ja, wirst du's? Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil, komm aus Egeten, das liegt direkt an mir. Zuerst nack ich in einem Ei, bei Schnie, Schnappi, Schnappi, Schnie frei. Schnie, Schnappi, 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 Schnappi. Schnie, Schnappi, 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 das kleine Krokodil, hab schafe Zähne, und davon wünsche viel. Schnapp, mir was ich schnappen kann, ja schnapp zu, weil ich das so gut kann. Schli, schna, schnappi, 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 schnapp. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Hab scharfe Zähne und davon ganz schön viel. Ich schnapp mir, was ich schnappen kann. Ja, schnapp so, weil ich das so gut kann. Das war's mit der Gel. Das war nicht so eine gute Idee. Der ist ein bisschen in die Rosi gegangen. Und jetzt müssen wir leider die Fiese bestrafen wahrscheinlich machen. Aber wir gucken erstmal, ob da schon 400 Gramm weniger sind. Let's go. Big, jetzt schauen wir wenigstens nach, ob sich die ganze Ekelheit gelohnt hat, obwohl wir gewonnen haben. Ich nehme Apfelmus. Ich nehme Nutella. Oh, ich muss gleich kotzen, wenn ich das anfasse. Ich glaube da nie mehr Nutella. Oh Gott. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Jetzt gucken wir, wie viel übrig ist. So Leute, wir haben verloren. Okay, Freunde. Jetzt ist es leider verloren. Wir haben um 100 Gramm leider nur verloren. Aber jetzt nehmen wir unsere Bestrafung. Das seht ihr jetzt im nächsten Clip. Ciao. Ich hab keinen Stress mit Warten. Geh auch durch schlechte Phasen. Ich bin geduldig und nehme zum Schluss die besten Karten. Und fällt der Jenga drum. Egal, gibt die Verlängerung. Halt neuer Plan, dann. Leben ist Veränderung. Egal, was kommt, es wird gut sowieso. Immer geht ne neue Tür auf irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft wie gewohnt. Egal, es wird gut sowieso.